Axis Dance. Was war zuerst da? Der Tänzer oder die Projektion? Die atemberaubende Performance Axis Dance des japanischen Regisseurs Hayato Ando ist zukunftsweisend. Denn ein komplexes Zusammenspiel von Algorithmen reagiert auf die Bewegungen des Tänzers und projiziert live die visuellen Effekte auf den Körper und die Leinwand. Die größte Schwierigkeit dabei ist die Rechenzeit. Doch in diesem Fall ist die Verzögerung nur minimal. Umso größer ist die Faszination. Bei Vimeo haben fast 100.000 Menschen das Video geschaut.